hallo 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 habt ihr angst im wald was haben wir angst im wald also wenn ich bezog seine wald laufe dann habe ich schon angst aber nur wenn es wenn es wenn es zombies und mutanten gibt natürlich und dogs die durch die gegend wobbeln oder ich hoffe meine speicher also mein charakter ist auf der arme ganzen items wir werden sehen aber stand weiter spielen also ich habe gute ja gut ist das team cloud er doch stimmst du nicht klaut ja also eigentlich eigentlich ja sollte denke ich i guess wollte auch in die lobby ich dachte du willst erst mal deine patch notes vorlesen nee wir wollen hier keine leute zum einschlafen bringen hoppy jetzt bin ich total verwirrt und wir haben sie aber heute gesagt ich bin doch beschwert dass ich wieder vorlesen muss aber das tut die das stimmt doch gar nicht alles gut wie benennt sich der krisi immer um ja aber woher sollen wir jetzt wissen was neues und was wir benutzen es ging darum dass wir benutzen müssen wir doch auch so ne es ging darum dass du immer irgendwie gefühlt 30 minuten brauchst bis du hier auftuchst ne ne doch ne fix issues demon boss dead cultist können wir bitte in den wald gehen double story campbell hut also wieder neues gebäude turtle shane rain collector es gibt wieder diesen rain collector oooohhhh viel bei eins mhm surveillance room editor bunker new cave system admin panel for admin clients additional element story elements auto backup system when overwriting saves ne 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 egal die lässt du nicht abwahn so ähm ja viel mehr ist auch gar nicht oooohhhh benni ich kann auch nicht ich kann auch nix ähm ach rain catcher oh god wir brauchen ein turtle shill dafür leute wisst ihr was das heißt äh nein nein wieso brauchen wir den rain catcher wir wohnen dann im see ne 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 das ist was anderes nein und wenn dann mach das wenn ich nicht hingucke der christ der macht das eh einfach dem ist das egal der ist hart was siehst du wieso was seh ich denn da vom achem tauganzugang kann das sein was mach ich er schießt ihr durch die blöde ach wir müssen eine oh oh was da wir oh nein mein forest reagiert nicht ja gut ah wir müssen eine schildkröte töten für einen rain catcher weil der fransch den haben möchte aber ich werde ich werde ganz bestimmt keine schildkröte töten ja wir sollen mal jetzt kommst du hier hinten ich muss jetzt mal jetzt hier aufmachen oh ich hab ein erfolg freigeschaltet da ist musst du forest starten oh gott unsere züge würde gehen 25 tage über leben oh gott das ist ein digger das ist ein digger das ist ein digger oh das ist ein digger oh ich sehe ich oh gott das ist das zwei bisschen tricky naja gut ich bin jetzt quasi da wir können uns gleich aufsammeln ich bin auf ich bin auf nicht dein ernst hoch ähm danke bitte wo habe ich denn meine shotgun ist dead sicher ja gucken sie mal an ach du oh das ist Virgie hast du dir fast Virgie gehauen ja kannst du ruhig äh wer war das äh Virgie glaub ich ich hab mich grad voll erschrocken weil Kevin hier in seinem pyjama rum rennt und ich den nicht erkannt hab oh gott hier ich bin in den kopf nicht 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 wieso braucht ihr mich jetzt noch äh hier ist einer ich mach grad ne runde ich gucke wo welche sind und auf der seite ist keiner ich bin ganz fast fertig hä macht ihm das nix hä vielleicht trifft du nicht aber Erik was geht hä ich hab den doch getroffen er ist weggelauft komm mal her kann ich mal kurz auf dich schießen nein äh bitte entschuldigung Entschuldigung ich war grad down also wenn du mich töten würdest dann guck mir aus aber ne ist hier irgendwo ein Hase oder so ja hier waren einige Hasen gerade soll ich mal ein Eschenhasen sagen was da ähm es ist dunkel irgendwie wieviel Uhr haben wir denn was da drin Jo ich bin dann auch mal reingeladen hi ok irgendwie davor noch was hab ich keine Moni mehr wie spielt man dieses Spiel nochmal äh jalla jalla draufhauen hallo so ähm so gegessen habe ich beruhigt habe ich mich noch nicht schluck 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 ja ich muss gleich mal kurz gucken weil was machst du hier hier passt was nicht ich sehe hier nix ich würde hier gern gern mal pflanzen pflanzen und ernten aber irgendwie sehe ich hier nix ähm ähm aloe vera ist gut machen wir hier rein oh gott im Leben ähm äh 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 ja ein Döschen und hä schluck meine ganze Schrotmonie ist weg und ich hatte echt viel hat nämlich letzte folge sehr viel geballert gehabt ich nicht ich habe extra gesagt dass wir das saven sollen deswegen verstehe ich das jetzt gerade nicht ich weiß es nicht du weißt nicht mal wie du ausstehst und meinst du dann muss gleich mal gucken ob du wieviel ich habe der Bubu ready die sie sie fliegen weeeaau So vielleicht sollte man eine Außenlampe aufstellen, so außendran um den Ding, man sollte ein Tooltip haben, wenn man so drüber hovert, Stun Gun Ammo, Fuckshot Shares, die grünen sind das, oder? Mhm. Es gibt noch ein Laufgeschoss. Da habe ich nicht so viele, also das sind so zwei Packen, was habe ich dabei? Ich habe noch einen Packen dabei. So, ähm, Fisch, ist der immer noch gut? Ist gut, an der sich die jetzt. Ist das? Rotten Flash. Ja, das schmeißen wir vielleicht gleich mal ins Wasser, oder so. Oh, die Kiste können wir auch wieder looten, ne? Mit ganz wichtigen Sachen, die wir bestimmt noch nicht zu tausenden haben. Oh Gott, aber die Kiste ist schwieriger zu erreichen, weil es ein Zaun ist. Oh. 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 Oh Gott. Oh. Die Metz dabei. Okay, einmal Metz reinwerfen. Ja, Metz mitnehmen. Ich bin thirsty. Okay, aber manche Sachen machen keinen Sinn, ne? Ja. Dass die Fische in der Reuse roten sind. Na gut, die sterben halt irgendwann. Die Funger da drin, ne? Und dann werden sie irgendwann roten. Wo sollen die hin? So, was sollen sie tun, ne? Die überleben da halt auch nicht ewig drin. Ja, doch. Doch, die sind im Wasser, die haben das für Leben. Oha. Hast du das gehört? Vielleicht was? Ich glaube, hier war voll das Gewitter. Gewitter? Wo? Im Kopf. Hab ich hier nirgendwo einen Medizinschrank? Was soll das denn? Was ist los, Chris? Wenn du ein Holzstamm oben in mein Haus geworfen hast, auf einmal kommt da so ein riesen Blutsplash oben aus meinem Haus geschossen. Wen hast du abgeworfen? Einen. Wei- 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 ich nicht. Ja, mach's dir gemütlich. Kevin, ist in Ordnung. Ich dachte schon, Kevin steht hier und liest ein Buch oder irgendwie. Nee, der sitzt, äh, bei mir. Achso, das sind die Räume für ökert. Im Haus und... Aber ja, es schüffelt. Draußen, oder was? Hier. Also hier drin hoff ich nicht. Oh ja, oh ja. Oh, Mashallah. Würden wir jetzt nicht spielen, würde ich mich raussetzen. Oh, fuck, ist das schön. Oh, entschuldige mich, dafür keine Wissenwörter geworfen. Holy macaroni, ist das schön. Ganz schön laut langsam hier. Also der Fischhaufen, der abseits der Räuse schwimmt, ist rotten. Ja. Ja, ich hab die mal ein bisschen von der Räuse weg, weil sonst kommt der nächste gleich auch nochmal zur Räuse und sagt, oh, der Fisch ist rotten. Ja, ich hab eben schon rotten gegessen, das ist nicht so gut. Also das kann ich euch sagen. Ja gut, aber wenn nicht hättest du den Rohn gegessen, ich weiß auch nicht, ob das gut gewesen wäre. Nein, nein, ich hatte, ähm, dried noch übrig. Ich wollte den essen und das vermischt sich ja mit dem... Yes. Ja, und deswegen auch. Kann der auch Stück aus nachlegen, nee. Wie kann ich denn... Das weißt du, was ich heute gegessen hab? Was hast du heute gegessen? Ein richtig schönes Mettbrötchen, hör mal. Jawohl. Richtig geil, ohne Zwiebeln. Aber Kimi, das kannst du nicht ohne Zwiebeln essen. Aber Kimi, die haben Tiere. Nee. Nee. Also entschuldigen, aber wenn die nicht wollen, dass man sie isst, dann sollen sie nicht aus Mett sein. Ganz einfach. So, wie sieht's aus? Sollen wir jetzt dann gleich direkt los, oder? Ähm, wie ihr möchtet. Also, theoretisch kriegen wir. Faktisch nicht. Hoppala. Du hast schon wieder deinen Tauchanzug an, ne? Ja, das ist Bargy. Hier. Was zur Hölle? Meinst du das? Das sieht total seltsam aus. Was zur Hölle? Was ist das? Wie macht ihr das? I halten. Ach, halten. Hier, guck mal. Besser? Nee. Irgendwann habe ich den immer noch... Ah, nee, warte, warte. Jetzt weiß ich, was das Problem ist. Ich habe nicht den Taucheranzug an. Ich habe den Rucksack an. Das Tauchgerät. Besser? Ja. Ah. Christian? Ja? Wie seht's denn? Ähm. Ich bin ja aber noch ein bisschen Hals am Verlegen. Du meckerst, dass ich Mettbrötchen esse und machst dann das hier? Wie konntest du nur? Hallo, ich rede mit dir. Hallo, ich verfolge dich. Soll ich auch mal hauen? Hi. Morier mich nicht. Was? Nee, was ist los? Also entweder helfen wir dem Chris jetzt mal, sein Haus endlich mal fertig zu machen. Nee, dann Abfahrt. Ja doch, Chris, das ist halt... Wir haben doch alle nichts zu tun, dann können wir dir auch helfen. Oder sieht das jemand anders? Ich werde mich als Kettensägen kuren. Bitte nicht das Haus, bitte nur Bäume, ja? Ah, okay. Ja, okay, dann werde ich das... Wieso liegt hier überall Fleisch? Was, glaube ich, nicht verrottet ist? Wieso liegt da auch Stroh? Wieso wird hier geschossen? Ich weiß nicht, wahrscheinlich Virginia. Wieso ist der Fisch schocken? Ich glaube, Virginia hat ein Aggressionsproblem, sage ich dir, wie es ist. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Wir müssen rein, ne? Halt, warten Sie auf mich. Haben Sie Zeit, über Jesus unseren Herrn zu reden. Hallo. Bist du noch gar nicht tot, oder was? Jetzt bist du tot. Virginia, mashallah, du siehst ja wohl gut aus. Baumfeld Nummer 2. Was ist passiert? Hä? Ich habe hier... Hä? Baumfeld Nummer 3. Baumfeld Nummer 4. Wir müssen auch mal... Jetzt musst du... Jetzt warte mal kurz, weil die rollen hier alle runter, das ist ein bisschen schwierig. Wir sammeln uns nur die Hälfte von den Stämmen der actual Bäume ein. Okay. Ja, ich bin schockiert. Weil... Und die rollen halt immer so weg, weißt du? Weil die rund sind. So wie ich. Du und rund. Ja. Ich finde es auch witzig. Hey. Hier ist ein Schwimmel. Chris, wir brauchen dich. Ein Kid Dog. Warte. Ich habe da... So, was das hilft. Vielleicht. Aber auch nur, wenn... Wieso redest du hin? Ja, Tasten. Technik, Überforderung. Uff. Oh, fuck. Was ist denn das hier? Drei. So, Abfahrt. Ich habe keine Schockermeldung dabei, glaube ich. Ja, ich glaube, der ist tot. Aha. Was bist du denn für ein hässlicher Schocker? Ja, jetzt ist er tot. Chris, du musst da echt aufpassen, ne? Mit der Muni. Ich sag's dir nur. Also, ihr habt keine bei. Ich muss gleich nochmal gucken. Ich habe auch komischerweise keine mehr. Ich weiß nicht. Also, ich habe so einen Lauf. Will den hier mit reinstechen? Nee, mach du. Mach, mach, mach. Was? Ich weiß nicht, wieso. Francesco, aber der ist schon entblickt bei mir. Ja, weiß ich, glaube ich, weil... Ja, ich stecke... Weiß ich nicht. Ich habe... Irgendwann stimmt mit mir nicht. Ja. Und was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun? Du siehst eigentlich kontinuierst. Ja, witzig. Nee, was ist denn los, Chris? Ich kann nicht mehr sprinten. Müsste doch. Äh? Ja, du sprintest doch. Mein Ducken war eingerastet. So, ich glaube, Emi kann's wieder. Ja. Okay. Warte mal, ich gehe mal verbauen hier wegen dem Graf. Du kannst jetzt fliehen. Ja. Baumfeld. Aua! Emi. Aua! Ich bin gebissen mit deinen Bäumen. Oh Gott, warte mal. Oh, die sind wieder alle am wegrollen. Und ich kann nicht so schnell. Das ist ein bisschen viel. Ist okay. Eine Wand und die sind alle weg. Du kannst ja mir einfach Bäume da hinwerfen, einfach. Und dann ist es fertig. Ich kriege hier nichts mehr gesetzt. Oh, Christian. Warte. Hilfe. So, wo soll was hin? Ja. Wird das hier Wand? Das außen? Warte, ja. Oh, Emi. Pass auf. Oh Gott sei Dank. Weiß gut. Weiß ich das, oder macht die mehr? Weiß ich mich nicht. Chris, willst du jetzt einen Rippenstock bauen? Oh, bitte nicht. Oh, sorry. Echt jetzt? Nein. Ich glaube, wir können erst mal gucken, oder? Weil... Ja. Wir müssen Sachen bauen. Auf. Da oben, mit der Dach drauf anscheinend. Zack. Nein. Das sieht so witzig aus. Was macht ihr denn da? Weil sie hat gesagt, das passt. Ihr trefft euch die ganze Zeit selber, ne? Nein, sie hat gesagt, das passt. Okay. Was ist denn da? Dass das passt. Das passt. Ich weiß nicht, worum es geht. Und die Bäume kriegen, die jetzt hochfliegen. Komm, hier, meine Hand werfen. Oh, das war gut. So, wo ist denn hier der Triggerpoint? Da, da, da. There ain't no... Wurde ich dir weh? Das scheint ja. Oh, das tut mir leid. Du musst dich selber nicht. Warte mal, ich versuch mal so hochzuwerfen. Ist der immer schon down, oder was? Nee. Ah. Ist der immer gut. Die Jonglier-Chemie. Oh. Wo? Das ist denn schon... Der andere ist ganz oben. Okay, das waren's jetzt erstmal hier alle. Ihr braucht noch mehr, oder? Ja. Also, ich hab's hier vom Dach oder so gemacht, oder? Zack, ja. Ich mach mich an. Ich will da was hin setzen. Aber das geht nicht. Wo? Was? Hallo, Rütti. Magst du mich immer noch nicht? Das ist so traurig, aber... Rütti, ich will dir nicht sagen, ich hab dir das Kleid und die Waffe mitgebracht. Könntest du bitte nicht, ähm... Ach, ich weiß, was der Blutfleck hier war. Guck mal von... Ach, ja. Ich hab schon mal einen Vogelwisch. Ich hab mal Fehlengesehen, ja. Sinn hab ich von mal... Ich spreche irgendwas. Ich hab mal Holz hochwerfen. Das ist halt echt doof, dass die so wegrollen, ne? Das ist... Scheiß, Physics. Nee, aber... Waren hier noch welche? Nee. Ich... Da kommt jetzt einer. Die zwei rollen nicht, das ist gut. Die werden rollen. Ja. Oh Gott. Warum kann ich da kein Dach machen? Oh. Für so eine Lücke, oder was? Ja. Ja. Ja, die tut mir das ein bisschen schwierig mitunter. Im Runden-Tal ein bisschen tricky. Tricky, tricky. It's... No, no, no. It's tricky. Oh, oh. Ja. Ja. Alles gut. So, der andere liegt. Oh, gut. ach gott sie rollen wieder weißt du das reicht weiß ich nicht ich hoffe es alles gut jetzt sind hier nicht welche runter ok sorry hier sind zombie zeit über unseren retter zu reden was machst du da dieses christ läuft hier an der treppe ja ups ist ja bist du wieder da ja ich glaube ist wieder da also muss zumindest hier vor allem ich bin da so als wäre nie weg gewesen aber du hast auf jeden fall nicht mehr so total ausfälle ja sowieso ja wie viel braucht ihr denn jetzt noch ich weiß nicht was der grüße noch bauen also ich weiß nicht wie architektonisch das weitergeht da drüben fehlt noch ein zaun hier ja ich glaube die stämmer die stämmer es reichen ich mache mich jetzt drüben noch ins lager ein bei euch oben im haus liegt auch noch hier liegen fahrt noch ok Jaaass Du kannst auch hier so einen kleinen Ball zum machen Du kannst auch einfach einen Zaun machen Das ist einfach Glaube ich Also weiß nicht, ich soll der Chris entscheiden Da steht ein Zombie vor Kimis Ja und der greift dann Ja der macht das kaputt Nur einen halben Oh ich bin schade Zack 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 Zack